Kellenberger ist 1917 gegründet worden und war immer im Bereich des Universalschleifens tätig. Diese Maschine hier ist eine Universalschleifmaschine mit drei Schleifscheiben für das Außenschleifen, Innenschleifen und Planschleifen. Speziell an dieser Maschine ist, dass wir eine Spitzenhöhe 175 haben, Spitzenweite 1000 mm und eben die B-Achse mit einer Positioniergenauigkeit von kleiner 3 Winkelsekunden. Die Steuerung, das ist eine FANUC 31i, die haben wir speziell designt, damit wir grafisches Programmieren ausführen können und ISO-Programmierung. Die grafische Programmierung erleichtert das Programmieren ohne DIN-ISO-Kenntnisse. Diese Maschine kann natürlich universell eingesetzt werden, das heisst eigentlich in allen Branchen, wo es nicht um große Stückzahlen geht, sondern um Einzelteilfertigung und Kleinlosgrößen. Wichtig ist, dass wir hier in einer Operation außen, innen und Planschleifen können, um höchste Form- und Lagetoleranzen erzielen zu können. Die Maschine wird weltweit verkauft. Wir setzen sie ein in der Medizinaltechnik, in der Automobilbau, Prototypen, natürlich vor allem im Formen- und Werkzeugbau. Das sind die hauptsächlichen Branchen, wo die Maschinen eingesetzt werden. Das ist die hauptsache, dass wir hier in der Medienheit haben.